glaubt ich war mein eigenes team aufgestellt und zwar nicht drücken sondern nur gegen die jeweilige kleiden willst dann gehst du daneben und längst mit der maus dagegen währenddessen du ddrück zum beispiel wie auf dieser wirklich grundlegend immer das surfen erklärt wird obwohl die auch danach gefragt du hast danach gefragt sie hat ja auch danach gefragt habe ich gerade gesagt du hast ja danach gefahren selber handtuch ich würde gerne noch mal warten bis du eine rolle die kein falsch annehmen dann kannst du freist wird sind cs2 eigentlich was habe ich was habe ich vergessen gibt es das surfen ich glaube in jedem in jedem einzelnen auf der source engine berufenen spiel gibt es irgendwo und das eröffnet ich glaube gar nicht nur auf dem cs surfen so was alles da liegen sie sich aber wieso habe ich einen schwung also ich bin dagegen gesprungen aber ich habe es als rolle das heißt ich konnte nein ich wollte meine hand ich habe da weg geschmissen was machen würde ich nicht die da muss ich nach oben oder nach unten lenken dabei du musst mit der maus richtig gerade ausgucken also im idealfall also du gehst du gehst an den jeweiligen teil genau und du musst dann theoretisch um schwung zu kriegen ein bisschen runterschauen ich bin hier fest ich bin hier fest mein armog ist gefunden am morgen sind im truck das war tot zu fahren gemacht das wäre zu obwies von Knechti da sind am morgen im truck vor sich warum sterben denn alle da drin na weil da am morgen im truck da ist ein trailer da ist ein trailer er ist gerade durch die öffnung in den truck reingekommen und im gleichen moment wer ist vor dem truck war das Knechti dann ja ne das war da du nein ich bin ja selbst angenehm du warst die ganze Zeit vor mir sind meine am morgen hier gewesen ich bin ja der erste der die am morgen ausgelöst hat ich merke hier richtig parcours alter ja das fand ich gewollt ich hab viel schwung gehabt ich hab das nicht gesehen alles gut lassen sie mich einfach leben und ich hab das ignoriert wir müssen gleich noch rausfinden ob maru böse war ja ich werd's ja rausfinden da hinten ich weiß nicht ich werde ihn finden oh oh skybox schau wir mal so ich glaub Schasche und Katze waren beieinander oder Dalu ey ja wir standen wir oben drauf weil ich war im surfen also ich war grad am surfen und standen wir oben auf dem Ding ja auf dem es ist in deiner gegenwart und Katzes gegenwart irgendetwas passiert was traitorhaftes ähm da ist grad jemand gestorben darauf hat Juli das eingesprungen wo da der da geschossen ne das ist Juli die ist das nicht ne das ist nicht Juli nein ich wollte auf Smaggy töten der neben dir steht Dalu du darfst mich 50% nein ich hab dich tatsächlich getroffen abgeschossen ich bin 50% der Trader ist hinter dem der Trader ist hinter dem Gebäude in der Müde Trader ist hinter dem Gebäude in der Müde Hallo Knechti Moin der gibt mir den Head schon Mann ich wollte nur die Leichen haben oh Dalu oh Gott ich hatte mit Beinen sogar recht ich hätte einfach auf euch schießen sollen die Schweine wir haben doch mit Dalu gesagt denn wir waren die ganze Zeit davor ich hab mir noch mehr am Morgen versteckt Dalu du kannst hier rausschneiden Julia gesagt die ist 50% ich bin auf 50% ich lebe nein Dalu ich bin auf 50% hast du gesagt was ist denn eigentlich aus meinem aus meinem Papierflieger gewohnt alter der Papierflieger ist mit der Person in den Truck rein als ich die Tür zugemacht habe Dalu erklär mal ein bisschen was du da gemacht hast mit dem Truck okay pass auf ich hab da genau ich hab da Amogen reingepackt die werden ja aktiviert wenn jemand in die Nähe kommt dann hab ich einen dann hab ich einen davon selber aktiviert um euch zu sagen dass da Amogen sind dann hab ich einen Boom Buddy da hingelegt um euch zu zeigen da ist jemand an den Amogen gestorben dann hast du gedacht den confirm ich dann bist du gestorben da war ich den confirm genau ja ich hab diesmal also waren einmal nur ein paar Mindgames ein paar Tricks Mindgames nooo ok ok ich bin hier noch hoch ich bin hier ähm ich dachte ich bin Frost tschüss ihr Noobs tschüss irgendeiner ist aber passiv gestorben irgendwer ist unter mir gestorben gerade Verknecht ist jemand gestorben in der Nähe ähm ähm was Verknecht hat Smeggy getötet einfach so ja und die Person die Person oben drin ist übrigens äh der Smeggy oben ich bin ja Detective war nicht oben nicht komm hier oh der hatte ne gute Sniper der Smeggy aber wie wurde er erschossen von mir ich hab ihn getötet äh mit meiner Manni dann ah warum hat Shoshi achso ich verstehe ja ok Shoshi ist der Sidekick sag ich doch also killen wir Shoshi oder ne hab ich schon die kam gerade mit der Dingel auf mich zu aber ich wollte nicht ok dann haben wir nur noch zwei äh äh Impostern das ist Dalu und äh Moin Nightbox ne dann wäre ich glaube ich Sidekick geworden glaube ich hab ich glaube ich Bock Sidekick zu werden Dalu war das letzte Runde das jetzt nicht sind die Bösen nein Dalu hat definitiven Hardcore Jackal ja geh mal vor Hack jetzt hab ich einer abgeknallt so Zugriff der hat sich hier weh erschossen ich will mal hier ein paar Namen hören ja ja Shoshi hab ich gekillt achso ja aber das ist schon ewig her du hast grad frisch jemanden gekillt ich bin doch Dete warte mal dann hat aber einer gelogen Shoshi wurde angeblich schon vor 20 Minuten gekillt Shoshi war ach Shoshi war Zomping schon tot es war Zomping ja Dalu hat sie wieder aufgestellt ja Dalu hat sie wieder aufgestellt auf dem Dalu hat sie wieder aufgestellt ich suche Schutz bei der Aufein der Thoma hat eine Flumby erschossen und so geteilt ist er Dalu erschossen Ja also ich wurde angeschnippelt Therste ja ich bin gerade ledger gerade eben wiederkommen warum hat deine fratze nicht erkannt es ist in diesem gebäude aber er hat wahrscheinlich jetzt hinten rum und versucht und hast du gesehen ein paar korn also wenn ich noch töte kommt ihr doch ins team gewinner das problem ist eins der gebäude ist halt kein call das gewinnertum aber er ist wahrscheinlich wieder gezogen julie hat terse gekillt ich kann euch ein traiter sagen er liegt neben dir ich bin fast weil ich versuche nicht zu töten aber ich kann fliegen mal sagen ich war super willen dann wurde ich zeit kippe ich war eigentlich eher traurig für das erste für für also zeit ist aber stark dass man nicht als karl getötet wurde wenn das in der morgen als genau so funktionieren würde bei riechi bämbä 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 und welcher wer hatte mich am ende übernommen terse du etwa also doch ich hab die waldse in zwift und bullen wie geil Later. Dann komm ich hier wieder runter. Das macht Boom! Kann ich, wenn ich's als Resistance ordentlich time, wenn ich alle den Fall schaue? Ja, genau. Einmal ganz kurz hier den Deagle shopt. Und jemand ist da am shoppen? Im Haus. Ich schau natürlich nicht hin, ich hab keine Ahnung. Ich hab dich gesehen. Oh, ja, bin ready. Oh, geil. Glaubst du, da wird es beim shoppen bemerkt? Hi Tersti, wie geht's dir? Ist dir gut, Tersti? Ist doch nett. Ja, ich move alle Waffenspots ab, um ne Sniper zu finden. Also ne Water liegt in dem einen Haus gerade drin. Die andere... Die Gude kriegst du nicht. Die hab ich, musste mich vertöten. Wo bist du? Am Aufgang zu der Seitenplattform. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Oh, oh, oh. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich weiß, wer wirklich gestoppt hat. Da ist grad wirklich immer gestorben. Ich glaub, Shoshy hat's nicht gut getimt. Also man kann nicht zwischen diesen Wänden her shoppen. Äh, ja, hier ist ein Toti. Im Arm ist Feini. Timing war nicht perfekt. Ah, wir hatten hier nen Detro, Detro Ringeru geknallt. Aber man muss ja zusagen, da steht, dass sie gestorben ist wegen Juli, nicht wegen Fallschaden. Ja, warte mal hier. Das ist Maggie, das ist alle kaputt. Nein. Dann ist er doch böse. Ahaha, ja Tester, let's go! Jaaaa! 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 Okay, wer hat da oben? Okay, ich hole nicht mehr. Wie du dich dahinter versteckst, als würde ich jetzt nicht kommen! Hallo! Hallo, Maggie, Junge! Du darfst nicht reden, er darfst noch mitspielen. Ich bin fang. Ich darf gar gehen. Ich darf gar gehen, Jogi. Nee, ich darf gar gehen. Du darfst noch nicht reden, du bist mir beliebt worden. Dalo springt runter, geht in den Lkw und versteckt sich im gleichen Moment, kommt Kler und vergisst, er übersieht das completely. Was ist mit Kler? Kler ist komplett an dir vorbeigelaufen. Dalo ist komplett an dir vorbeigelaufen. Nee, dann habe ich nicht gesehen. Ah, einer von euch hat mich gesnipet und mit ich jetzt auf die Schnauze, Hildes. Dalo, sie Banner nehmen immer auf und so sieht's auch aus. Ach, und auch Joshi, sie weiß, wer die bösen sind. Ich bin weg. Ach, Marie ist wiederbelebt. Dalo hat auf mich gestaltfreunde Openfield. die person auf die marie schießt ist ein böse wahrscheinlich wieder jemanden umgebracht das war ein heftiger shot da oben wir da oben ich werde auch hier unten bleiben ich kann aber ich bin doch für mich zu ja lasst euch zeit die können wir trefft ihn nicht auf ihn schießen sollen oder was ja wegen dem netz ja das geht nicht wegen dem netz wer ist das da ja das bin ich das problem war ich war super verwirrt du lebst wieder aber du darfst nicht reden ich hatte nicht geschaut das war mein problem in dem moment meintest du geklickt und ich war so hä was passiert jetzt ja gut also wenn du als böse wiederbelebt wirst dann darfst du einfach reden wenn du als liebe wiederbelebt wirst darfst du nicht reden weil sonst kannst du einfach sagen wer der böse ist aber trotzdem so arbeiten als hättest du die informationen aus dem totenreich zum beispiel kann mit der crowbar den einen anfangsbuchstaben an die band hämmern genau oder du kannst einfach wirklich senselessly auf die person drauf gehen ich bin ich bin ich bin dte ja völlig zu geräuschen hier im ersten haus ist jemand gestorben und da ist ein shinigami rumgerannt ja klar okay du hast es doch gehört okay dann guck du doch nach ja und jetzt nach oben hier oben hier oben habe ich dann keine schüsse und nico erwischt neues komisch ich vertraue kein meter diesen knechts da ja der ist dann ja auch nicht der schießt auf mich ich wüsste schon dass ich beide mit trackers sehe und ihr nicht aufeinander schießt oder nur voreinander umgestanden habt du hast du hast die schüsse nicht gehört ja aber auch noch gesehen und ihr beide habt einfach nur so voreinander umgehockt aber habt ihr aufgehört zu schießen ja genauestens geredet ihr schweine jetzt mal ganz kurz hier den terster weg möbeln und damit knechte hinterher geräumt hey aber was anderes als ein pistol man der erste als aus dem gebäude ich komme jetzt rein terste ich komme jetzt rein ich bin am truck ja aber der dte wird nicht gesprengt dann ist das so ja eigentlich ist das glaube ich nur bei deinem oder das ist der automatische damage dann sterbe ich jetzt schon bereit was ich will noch zünden ich sehe dich da oben mit einer mine ich bin schwecker ich kann nicht wie dadurch die ganze zeit im truck sitzt nein ich habe meine trackability genutzt um erstmal das gefetzte zwischen terst und lecky von außen zu beobachten sowieso gerne mal wissen warum terst auf mich geschossen hat die arme julie ist in diesem truck drinnen die tür geht zu und dann kommen die bomben rein dann geht chaos an und bin ich tot ich habe nicht geschaut ich habe das genau gesehen mit checker mein freund ist das wie ist das ich werde hier eingesperrt und ich werde von außen beschossen hiefe von außen hier ist ein leiter hinten ganz hinten links und wenn du eingesperrt ist wäre ich ehrlich gesagt glücklich dass du nicht von innen beschossen wirst so ja das erste steht halt vor der seite das ist jetzt nicht okay und jetzt ist noch mal hier wurde eine bärenfalle hingelegt das ist doch nachgeladen hast du hast hinter dir steht julie und die ist sowas von böse ich habe nicht gezielt ich kann auf dich hier wenn du willst dann ist das war ein schuss zu viel gerade jetzt bin ich hier fast dazu ja abzuballern granate 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 hast du schon wieder auf meinen kopf geballert auf deinen kopf aller ich gar nicht weil er die die ganze zeit neben dich na klar machst du das katze ich sehe nichts hier brennt auf mich wurde geschossen auf mich wird immer noch geschossen auf dem haus irgendwo auf mich wird auch geschossen aber es war oben im haus im badezimmer und links die war gut über oben ja da ist auch irgendwie irgendwie lebt er doch mal kriegst du gerade auf mich also ich habe doch das haus wo es mich drin war und scheinbar ein zombie alles gut das mag ist tot das mag ist wieder da er ist wieder da er hat sich selbst auch wieder okay auf mich wird geschossen heitler auf den data nee nein das ist ein unfall was geht so hin da du kommst du willst die runde für uns von da oben was ist denn da oben da gibt es viel oben von daloo position oben ja ah er ist doch nicht als zombie da hoch gegangen oder ne machen wir nicht ja dann tüsst dich hier mal du amorgas ah meine tracker ability sagt mir wo er ist oh no ähm gut das problem hat sich gelöst aber irgendwie geht es halt noch nicht auf was geht es geht wohl noch dalu sag mal dalu bist du der letzte ja kann ich dich als zombie sidekicken äh ja dann bleib mal stehen dann bleib mal stehen dann bleib mal stehen wer macht das ich wurde kontrolliert mein schuss wurde einfach verballert dann gewinnen dann gewinnen dann gewinnen ja hallo wahrscheinlich vermisst du meinen alten zombie schuss terse warum killst du mich ja weil alle gesagt haben du bist wirklich das hätte ich aber gerne gesehen zombie als sidekick was passiert das den brauchen wir nicht glauben das tut mir leid ich glaube ihm auch nicht mehr jolie jetzt ja aber das hätte ich gern was geht das wohl kann denn zombies aber sonst sidekick zombies hätten wir herausfinden können wenn nicht irgendwer mich hier einfach kontrolliert wer hat mich kontrolliert wer hat mich kontrolliert wer hat mich vom fenster geholt also wer hat mich gekillt ich boh ich dachte ach stimmt du hast mich doch danach als wir gehen ja 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 stimmt stimmt das ist meine frage stimmt stimmt als ich dich da beim hocken gesehen habe dachte ich oh oh dann geh ich mal in den du bist vor mich gelaufen tut mir leid das wollte ich nicht das ist eine angenehme runde ich glaube bei der ansage ich gebe euch das nur als feedback dann wird das sehr angenehme runde ich glaube bei seiner ansage gestorben ja er ist bei der ansage in maro gelaufen anscheinend ich wollte ein fast erschließen und er ist nach von meiner snapper gelaufen ey aufhör dir ich nur geschobst terste alles ist fein super disco holy macaroni ich bin tot was war denn jetzt und chaos gab es falsche an hier weil der chaos hat damage gemacht bei mir aha die kamen bestimmt von oh hi dann tut es mir leid ich muss das jetzt schnell beenden und ich muss Kler wieder beleben ich habe kein chaos gemacht also müssen wir jetzt die aggro sein nennen oh nein oh nein ich glaube wir hatten hier nen taube oder maro ich habe keinen taube aber ich muss das jetzt ich muss auf die jagd gehen ich muss Kler wieder beleben aber dann müssen wir alle töten du hast meine kristalle gefressen julie ich habe hunger ich habe nichts zu essen im haus drin ich habe auch echt hunger die super disco muss ja aus dem haus gekommen sind irgendwie kam die von julie die super disco was ist die super disco also das ist dann die disco ist ja eine granate die so die leute wegnockt die die machte ne knockback und die super disco die macht diesen extrem knockback damit fliegst du so dass du wahrscheinlich stirbst der erste ist auch gerade da aus dem haus raus gekommen ich war da gerade drin Kamera gerade vom truck ne du bist aus dem haus raus gekommen ja vorher war ich beim truck julie hinterm haus oh ich wurde angeschnipselt ja jetzt rein dalome hinterher julie wieder im haus was soll das das heißt wir bringen julie um oder der kolk war du warst im haus also hast du die super disco geschmissen nein hab ich nicht ich kam erst später ins haus und wer wird sie sonst geworfen haben julie ja weiß ich nicht einer von euch super disco ach Banane im Wasser gibt es keinen Fallschaden im Wasser gibt es keinen Fallschaden im Wasser gibt es keinen Fallschaden im Haus immer noch julie macht hier jetzt Action jetzt macht sie wirklich Action jetzt wird hier äh ein paar geschossen einen haben wir schon warte mal da ist noch irgendwer von euch böse Smaggy was was ich hab Schokokroissant gegessen das ist Mino ja ah nur wenn du was abgibst du keine Ahnung jetzt werde ich hier angeschossen jetzt werde ich ja komm rum Maru lebt auch noch äh im der erste hat Dalu getötet jetzt habe ich Dalu getötet jetzt habe ich Dalu getötet ach ja die erste ja ich habe mich schon gewundert worden um Shavis Dalu zu killen da kann was nicht stimmen aber 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 wer mich tötet wer böse ist ja da kann was nicht stimmen der hat mich denn angeschossen gerade da habe ich die Knechti-Vibes bekommen wie als ich Knechti mal auszusehen kompletten diegelschwand gedrückt habe ich will irgendwie auf Swaggy Baller und auf einmal schieße ich Knechti mal auf nach euch nicht rein und Geil ja Unfälle passieren ja Unfälle passieren Maru ja ich habe eindeutig auf das Fass gezielt was da war und du bist halt ja ich war sehr geschockt auf einmal eine Leiche vor mir lag ja das war als ich da geschossen habe Maru du hast nichts falsch gemacht Ich bin mal einer Runde im LKW ich geh da jetzt mal rein र auf den Weg Isso ich bin fast drin wenn ich jetzt finn genau drin Warum schießt du auf mich, du Schwein? Manchmal habe ich das Gefühl, sie haben auch so ein bisschen Höhenflug, manche von ihnen. Mit Dalu allein in einem Raum und versuchen, den Shot zu treffen, ist auch eine Frechheit. Hast du da einen Schichtstuch gerade mit jemandem über den Haufen? Ich gerne die Eismaschine, Leute. Oh, will ich aktivieren. Hast du da gerade mit jemandem gefetzt? Du bist es nicht. Das ist eindeutig, dass Julie ist es nicht. Ja, richtig. Julie hat nämlich seinen Anfang an eigentlich gewusst, dass sie kann nicht lügen. Nicht Dalu, grüne Stimme. Hier kriegt auch eine Dete-Katze. Ich suche jetzt Knechte, ich kann den noch schnell abbekommen. Ich weiß ja nicht mehr, du musst auch irgendwann mit der Eismaschine. Dalu, kannst du mal ins Haus kommen kurz, die Treppe hoch? Ich kann, aber es bringt mir nicht viel, aber ich komme da gerne hin. Hallo, die Geschäfte. Komm mal kurz da hin. Das kann ja nicht schlimmer werden als ohnehin. Das ist schon echt hemmtig. Bei mir kann es gerade auch nicht schlimmer werden, Dalu, deshalb komm mal kurz ins Haus, bitte. Ich komme da mal hin. Nein, du bist da, Dalu. Ja, aber was soll ich? Ich habe ja keinen. In welchem Haus denn eigentlich? Das erste vom Truck links. Das erste. Warum das Bad ist. Ja. Aber nur Dalu. Ja, ich habe einen Appetit. Du willst also noch einen Easy Kick nehmen? Nein, ich schieße nicht auf dich. Du musst mir helfen. Du wirst also Sidekick, wenn du ihm helfen musst. Okay, warte, ich helfe dir wirklich. Ich offer mich für dich. Geh weg jetzt. Ey, wer schießt da auf mich? Könnte eventuell Dalu sein, vielleicht? Ich habe mich, glaube ich, selber geschmeckt gerade. Der kann fliegende Katze. Ja, ich bin eine fliegende Feier. Wolle mal, Klörst, habt ihr euch hochgelaufen, Terz, oder? Wem ist das Schaf? Können wir Dalu irgendwie wiederbeleben? Wollen wir bitte Terz oder so umbringen, Klörst da gerade reingelaufen zu ihm? Ist Terz, der nicht gerade gestorben? Der wurde doch gerade kontrolliert. Der Klo, sie wurden Baby geworfen von Terz. Terz will dein Kind nehmen. Das ist der Wahnsinn, was hier abgeht, ne? Ich habe mich gerade selber getrappt. Äh, Julie? Julie, wieso? Julie ist gestorben. Oh Mann, das Ding trappt mich ja selber. Der hat dich halt an dem Visier von da oben. Der hat mich extra für Terz geopfert. Der Dalu einfach richtiger Sportsmann, ja. Der hat eine Shark-Trap gelegt und saß drauf. Was ist das für eine Frechheit, Dalu? Ich kam da nicht weg. Mann, Maru, lass mich in Ruhe. Überlebt Dalu mit einem HP. Mit einem HP. Du brauchst nur eine Kugel. Komm, wieder. Ja, aber das war jetzt, weil der Abstand zur Wand zu gering war, ne? Ja, ja, du kannst die schon vor dich legen. Also du musst die nicht unter dir legen. Weißt du so, ich denke mir, warum komme ich nicht in den Raum? Dann kommt Dalu mit. Maggie, warum willst du in den Traitor-Raum? Ich denke mir, fuck. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ja, Maggie. Und dann dachtest du dir, die erste Möglichkeit, statt ihn zu bestechen, ist versuchen, ihn abzustechen und dabei zu sterben. Ich hatte eine Pumpgun. Der hatte auch nur noch ein Leben danach. Gott sei Dank, Mann. Ja, aber er hatte noch ein Leben und du null. Genau, das war das Problem an dieser Situation. Jetzt auf jeden Fall, dass ihr... Ich bin aber etwas ja, ich bin aber ein Leben broker. Ich bin EVERYBete, eine boomer Bauchtlär. Absch003-Valte